Die gesamte Politik, die wir gerade eben gesprochen haben, und das ist jetzt, glaube ich, zum Abschluss noch mal interessant, die wird von internationalen Institutionen wie dem IWF beispielsweise gedeckt. Also der IWF, der zahlt Argentinien jetzt brav die nächsten Tranchen, der findet das alles total gut, was Milley da gerade macht, weil das sogar noch über die Kürzungspläne des IWFs hinausgeht. Also wir sehen, dass Milley geopolitisch auf jeden Fall auf Linie ist. Also nicht nur die IWF, auch die US-Regierung. Also du hast gerade Donald Trump angesprochen, aber auch die beiden Regierungen, die findet die Außenpolitik, die Argentinien da macht, gerade sehr gut. Argentinien hat beispielsweise den Beitritt zur BRICS aufgekündigt. Also geopolitisch verschiebt sich hier gerade einiges. Argentinien ist von so einem Land, was kurz davor war, der BRICS beizutreten, was kurz davor war, so einem antiwestlichen Block beizutreten, ist jetzt wieder dabei, wieder in den westlichen Bereich zurückzukehren. Und durch die Dollarisierung könnte das wirtschaftlich auch, also wenn die kommen sollte, ist ja im Moment noch offen, dann könnte das wirtschaftlich auch auf Ewigkeiten festgeschrieben werden. Ja, das andere ist natürlich, da ist er, glaube ich, ein bisschen zurückgetreten, aber er hat ja auch gleich gesagt, er will die Beziehungen mit China massiv einschränken. Gleichzeitig ist natürlich wiederum die wirtschaftliche Bedeutung von China und Argentinien, die kannst du überhaupt nicht überschätzen. Die ist wirklich gigantisch, da hat er, glaube ich, auch das eine der wenigen Sachen, wo er so ein bisschen zurückgetreten ist. Aber klar, das ist sozusagen geopolitisch, war das ein Volltreffer, was die BRICS angeht. Dann trotzdem so diplomatische Kontakte. Er sagt halt immer, wirtschaftlich könnt ihr mit China machen, was ihr wollt. Für mich ist das halt ein kommunistisches Terrorregime, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber er sagt ja auch sozusagen, für ihn ist ja Staat maximal ein bisschen diplomatische Beziehungen, den Rest überlässt er dem Unternehmertum. Auf jeden Fall dieser Aspekt sozusagen in Bezug auf China wird noch spannend. BRICS ist, glaube ich, vielleicht sagen, tatsächlich gelaufen jetzt erst mal. Die anderen Verhältnisse zu Brasilien und Chile muss man mal schauen. Bisher waren Lula und auch Voric sehr pragmatisch im Umgang mit ihm. Gut, klar, direkter Nachbar. Und ja, aber um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, das zeigt natürlich auch nochmal, was für Leute mit was für Mindset beim IWF in den Führungspositionen stecken. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber zeigt halt schon nochmal, wer da die Fäden in der Hand hat bei so zentralen, oder noch zumindest zentralen Organismen für die Weltwirtschaft. Ja, die USA sind nicht ohne Grund das einzige Land, was im IWF eine Veto macht. Also die geopolitischen Dimensionen von Millais Außenpolitik, die sollte man nicht unterschätzen, trotz allem, was er da gerade innenpolitisch anrichtet. Ja, ja, zweifelsohne. Und daher kommt ja auch sozusagen den Support, den er da genießt. Es ist, glaube ich, auch mit, wenn ich das richtig im Blick habe, das einzige Land überhaupt in Lateinamerika, das sozusagen im aktuellen Konflikt im Gazastreifen eine pro israelische Position einnimmt. Also der Rest der lateinamerikanischen Staaten haben sich ja ganz klar woanders positioniert, unterstützen zum großen Teil auch Südafrika in Den Haag. Und da sozusagen so einen Machtblock zu haben, und Argentinien ist nach Brasilien nach wie vor die größte, also sowohl politisch, diplomatisch wie auch wirtschaftlich das relevanteste Land, nach Brasilien in Südamerika. Danach kommt eigentlich erst mal relativ wenig, zumindest in absoluten Zahlen. Und klar, ganz oben im Norden haben wir dann noch Mexiko. Aber das sind schon so die drei großen Volkswirtschaften des Kontinents. Ja, ich würde sagen, damit bedanke ich mich bei dir für dieses Interview. Zum Abschluss kannst du, glaube ich, noch ein paar Worte verlieren, was du dir, also was du von der Zukunft in Argentinien, was du da erwartest. Wird Millet Erfolg haben oder meinst du, das wird scheitern? Ich glaube schon, damit widerspricht so ein bisschen meiner pessimistischen Einschätzung vorhin, aber ich glaube schon, dass er, wenn das so weiterläuft, scheitern wird. Also ich glaube, da müssen sich irgendwie auch ein paar zivilgesellschaftliche Kräfte erst mal wieder besinnen. Aber ich würde zumindest mal sagen, dass er sich nicht länger als zwei, drei Jahre hält. Zumindest diese Legislatur wird er nicht durchhalten, das würde ich schon mal behaupten. Aber er wird sie auch nicht durchhalten, weil die argentinische Bevölkerung einen enorm hohen sozialen Preis dafür zahlen muss, was er da gerade sozusagen an libertären Wunschsträumen durchexerziert. Und das ist natürlich auch irgendwie entsprechend tragisch. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich gebe ihm jetzt, würde ich sagen, maximal zwei Jahre und hoffen wir mal, dass er mich da nicht negiert in dieser Voraussage. Interessante Prognose. In diesem Sinne, seien allen nochmal deine Artikel in den Nachdenkseiten empfohlen. Du schreibst da ja als Journalist, hatte ich mit dir auch schon mal ein Interview drüber gemacht. Jo, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Alles klar, danke dir. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.